Willkommen zurück bei meiner heutigen Tour. Bei einem kurzen Abstecher auf dem Wullesteg über der Willy-Brandt-Straße, Bundesstraße 14, schauen wir auf die Wiederherstellung der Fahrbahn über dem Stadtbahntunnel vorbei. Ein Liebherr Mobilbagger A918 kompakt ist hier das Arbeitstier auf der Baustelle. Und wenn ich hier schon stehe, nehme ich gleich noch ein paar vorbeifahrende Kipper mit. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vom Steg aus blicken wir nun zur neuen SSB-Haltestelle Staatsgalerie, wo gerade die Decke mit Sichtbeton im Bereich des linken Treppenabgangs hergestellt wird. Eröffnung der Haltestelle ist ja im Spätsommer geplant. So, nun schweige ich, genieße die Show. Als nächstes sehen wir uns dann an der Baustelle des alten Nesenbachkanals, wo ein Bagger werkelt. So, nun schweige ich, genieße die Show. Guten Abend, guten Abend. Rundfunk Rundfunk Wachstum Wachstum Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020